Norddeutscher Rundfunk 2021 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 Was nach dem, Bruder? Leer rein. Drei, zwei, eins. Ah! Das ist deine Charlotte Müller? Ich hab sie zuerst gesehen. Sie war auf meiner. Ihre Verlobungsfeuer. Lass uns allein. Sie gehört mir. Was ist sie? Wo kommt sie her? Was soll aus unserer Familie werden? Unsere eigenen Wurzeln gehen verloren. Oh, Mama, sie, ich, du, wir sind alle Deutsche. Da geht überhaupt nichts verloren. Und vergiss deinen Vater nicht. Und sie kommt aus Bayern. Mit Zöpfen und Dirndl. Gewöhne ich schon mal dran. Oh, wahrscheinlich holen sie auch noch. Allah, die. Okay. Komm doch erstmal rein. Dann stelle ich dir meine Familie vor. Guten Abend. Und ihr zwei Helden? Wollt ihr mehr? Mehr was? Ich glaub an uns, Charlotte. Und dass es Dinge gibt, für die es sich zu kämpfen lohnt. Und zu sterben. Hört auf! Wir machen es einfach so. Wer beschnitten ist, bekommt nicht. Ah! Ah! Ich bring ihn einfach um! Ja, wenn die Arabs kommen, ist die Bude voll, ne? Ja. So. Wir freuen uns doch auf deine ... deine ... Schickchen! Sie heißt Charlotte! Na dann. Mah! Ah! 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 Vielen Dank.